ein packt hast das hallo willkommen zurück zu einem neuen video wir befinden uns auf qcraft.net und spielen einfach skywars um zwei uhr nachts freunde let's go da sind wir auch schon in der ersten runde freunde und ich bin ziemlich gespannt wie gut die spieler um diese uhrzeit sind ja jetzt schauen wir mal was das heute wird freunde könnt mir gerne eure tipps in die kommentare schreiben gut soviel dazu ist noch eine kiste gut so sagt ignorieren wir mal jetzt den eimer und schauen mal was passiert der kollega bot sich was ist denn los hier alle fallen runter ist ja geil alle fallen einfach die zehn roter ja das nutzen wir mal aus und bauen uns sicherlich rüber wenn unsere gegner alle runterfallen wieso auch nicht so diese druckplatten ist nix gut weg damit schon mal trau ich mich in die mitte christus rüsten von ach der lappen baut sich auf freunde was ein feig hättest du ich habe dennoch ich habe dennoch hier der jetzt habe ich hier noch was hier, ui hier ist noch eine kiste er kommt, dann weg mit ihm, nein, 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 er hat mich ja komplett auseinandergenommen, what the fuck lol, eine runde würde ich mal sagen, spielen wir noch, ja, hoffen mal, dass es nicht so, ja, schnell wieder vorbei ist wie end und hoffen wir mal, dass unsere Gegner nicht alle runterfallen so, zack, 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 nehmen wir das schon mal mit ähm gut, wenn er abhaut dann nicht rüber ach, komm her er hat auch Gold Apfel gegessen ne, ich glaube, er kriegt, ne, ach, verdammt ach, Mist schade, Freunde, die Leute sind um die Zeit leider ein bisschen zu gut ja ähm, ja, das war's von dem kleinen Video, Freunde, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ich öfters um 2 Uhr, 3 Uhr oder sogar 4 Uhr nachts Skywalks spielen soll schreibt es mir immer gerne in die Kommentare, ähm, ja, auf jeden Fall war's, ja, eine neue Erfahrung wert, Freunde ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, und jetzt so, Leute geht's euch weiter und dann geht's euch weiter wir stein bitte wie wir